Mich hat ein Engel geküsst. Der Ballermann-Award wird wieder verliehen. Und 2018 erstmals in der legendären Turbinenhalle in Oberhausen. Dort geben sich vor tausenden partybegeisterten Zuschauern namhafte Ballermann-Größen die Klinke in die Hand. Micky Krause, Achim Petri, Frank Neuenfels, Anna-Karina Wojciak und viele mehr sind 2018 mit dabei. Gute Laune TV hat sich für Sie unter das Partyvolk gemischt. Erleben Sie mitreißende Live-Atmosphäre und freuen Sie sich auf Auftritte, Interviews und natürlich glückliche Gewinner beim beliebten Ballermann-Award am 24. März um 18 Uhr.